Hallöchen liebe Freunde hier ist mal wieder euer Drowney und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind jetzt mal wieder im schönen alten Arati Becken bekannt aus Klassik WoW immer noch eines der schönsten oder am schönsten zu spielenden BGs klingt echt total blöd aber ist so ne da können da meckern wie ihr wollt hat sich im vergleich zum letzten mal was gendet nö alle gleich genau ich bin ja immer noch irgendwie am überlegen ob ich das hier gegen die hier wieder eintauschen soll ich weiß nicht zehn Meter ist gegen Caster also gegen Ranged ist es halt super gegen Release bringt es nur bedingt was und zumal ich halt mit der Glühwe Bürde der Schuld schön kiten kann weiß nicht ach keine Ahnung ich weiß es irgendwie nicht ach komm weißt du ja das ach komm ich spiele einfach mal mit kiten kann man mit der anderen natürlich besser aber man muss halt auch erst mal am Gegner dran sein und das ist es halt so ach tschuldigung mal so aufstoßen und dann auch müde sein es fände nur Schluck auf uh 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 aber den hab ich so nicht ich hab nix scharfes hier nix kaltes nix heißes das sind ja so Auslöser für Schluck auf für der Zwerchfell diesen Reflex den man da hat der da ausgelöst wird ich weiß gar nicht mehr wie er heißt ist ja auch egal hab ich ja mal was lustiges gelesen eine Analtherapie ja das klingt lustig was soll man dann ah ne ich sag's ihr könnt ja googeln ich muss das nicht erklären es hat mir nur gedacht ja ne ist klar ey gut man versucht ja schon seit keine jahrhunderten irgendwie einen Schluck auf den Griff zu kriegen wenn man mal hat aber ich glaub da gibt's kein Mittel gegen einfach nur entspannen das ist ja ein Muskel du Pisser verpiss dich ja klar rauf den Koppel ey nein wie geil hoppa hier da hau mal dich mal weg hier zack ah und schauen wir da heilt na das da weg na nichts da genau danke für die Heilung wer immer das alles ist schön den dicken Parler heilen der kriegt den Stun wo ist der da Damage ich komm nicht weiter jetzt aber nice oh Kika geh mich auf den Sack du bist ja so dumm mein Gott wie kann man so bescheuert sein oh Gott oh Gott oh Gott da kriegst n Rischbruch drauf jetzt stirbst du eh zack execute genau BAM übrigens hier 160% ne also Empowered Seals mit Streben nach Rechtlichkeit ist eigentlich super was ist das da also Pally ne ist klar Stun mal dich mal und tappen boah hat dir was dagegen getan Stürb Stürb auch Stürb schnell Langsam mal mit tappen Schaffen sie es, schaffen sie es nicht die schaffen es nicht Plopp Nachwaffen Stunnen ACH Da müsste ein Respawn sein wo können wir denn hin ist da Ink da ist Ink Spirit das ist von denen oh da unten ist Ink geh mal da hin die Zergen da hinten das werden die wieder verlieren hier ist die Ink das ist ein Heiler das ist ein Heiler Train the Shaman hallo Hexer Boah natürlich ist natürlich wieder vier so bist du Alter na komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon Stürb ey verrickt doch einfach boah immer diese Backpedaler im Blink ne nach dem Blink gestorben so weiter heilen ist überhaupt schon groß geheilt 177k das war alles hier unten Boah der hat wahrscheinlich das X ja Deadly Strike okay ne Mortal Strike war es ja oh da können wir noch helfen ja das wird noch was oh da ist Dick Ink guck mal was wir hier weghauen können ja ich bin grundsätzlich hebelig entschuldigung tut mir leid dass ich so hebelig bin nein du machst nichts du auch nicht wenn wir den töten können na mit dem Schurken bestimmt na dann töten wir den da oh f*** dich ach du scheiße Du willst auch nur auf die Fresse, habe ich das Gefühl. Du willst nur auf die Fresse, ja. So, bleibst du mal hier. Genau so muss das sein. Zack, voll. Nerv, Nerv. Unstoppable, Double Kill. Scheiße, Eule. Vielleicht mal umzuwehren. Kicken. Das lustige ist hier, oder? Jetzt auch kurz oder lang nicht mitmachen. Fick dich. Na okay, gut. War ich zu gierig wieder. Und überheblich. Egal. War lustig. Ich bin stark gesagt, hab ich auch gescheuert. Dich müssen wir auch ziehen. Hahahaha. Ach nee, wie geil. Wie geil. Wie geil. Scheiße. Der Typ ist so lächerlich. Was will der Typ? Wo gammelt der eigentlich rum? Da. Was war denn das? Okay, das war ein sehr schnelles, kurzes BG. Ja, hätte ich ein bisschen auf... Hätte ich halt nicht, ne? Das passiert, wenn man zu hitzig irgendwie wird. Ich weiß nicht, ne? Das kennt ja jeder, ne? Wenn man das übertreibt. Ja, ordentlich. Ja, das war ganz guter DPS sogar. Für die Verhältnisse. Ja gut, dann wie immer viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn etwas sein soll, dann ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. 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 Menügest at